Und als ich nehm die Scher und Eisen, kann ich schein mein Weig und Kinder speisen. Ha, boh' ein Schab, kriegt man auch Hungerloin. Mit was speist du sie? Zibbeln, Schollachs? Sie ist ein Mist, da spinn ich nicht kein Gold, nur ich arbeite arrendlich. Lech all'epoches bin ich nicht kein Ganniff. Aha, bist sicher? Der einzige Schneider, was Ganniff nicht kein Jitter ist, der Meul. Aber Ganniff arbeitet Giecher wie ein Schneider. Wie lange arbeitest du schon auf dem Mantel, kriecher du? Sechs Wochen, Boss, aber es ist schon aufgenäht. Weißt was? Gott hat genommen nur sechs Tage zu machen die Welt, und du nimmst sechs Wochen zu machen ein Mantel. Aha. Aber guck nur auf dem Mantel, und du nimmst noch, guck auf der Welt. Hallowei wird bald Brunanaia aufgestellt. Wir boien sie mit unserem Mut. Wir arbeiten von der Welt. Oh mein Schwester. Oh, jetzt glüßt es sich mir noch einmal zu singen. Mit einer Nudel und einer Nudel, ne ich mir bei Covid-Gordel. Hm, nein, kannst du nur sein kannst du nicht, hä? Mit einer Nudel und einer Nudel, ne ich mir bei Covid-Gordel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!